ja willkommen mein name ist dann über lp und ich begrüße euch zurück zu let's play king nr 2 final mix in der letzten folge haben wir malusia platt gemacht und jetzt stehen wir wortwörtlich vor dem eingang der organisation 13 wir sind kurz vom ende des spiels meine güte und ja ich hab mal das sand kirbin ausgerüstet und ja da drinnen wird es natürlich sehr viele niemand geben deswegen haben wir oft in der überform umlatschen wahrscheinlich und niemand platt machen und ja guck mal was jetzt als jetzt kommt der katzen kommt schon wieder rennt er weg was soll er denn warum rennt er an da und weg ist irgendwie erklärt worden laufen als würden sie stöckelschuhe tragen nomine kairi i'm afraid leaving is not an option und take you to see sora die effektiv wurde eingenommen ich bin das auch sehr witzig gerade es wird von jedem sein und das ist nicht riko das ist an sim aber dieses gespräch hatten wir ja schon mal oder okay ja das sind tausende meilen entfernt da kommt ja ich bin bereit im breiten breit bei barbara das ist nur ein gegner das ist nicht gut mehrere kleine krieg nach überhaupt genau die dinge brauche ich glaube ich kopf war mit der überform schneiden wir locker das weg können wir merken ein gegner kommen ich glaube die überform hat einen effekt irgendwie deswegen ist für jede aktion irgendwie angegriffen wird was richtig geiles halt mit stein waren wenige gegner ich brauche mehr und es wird hat hier nichts mit dem level in denen nehme ich mir jetzt wie du lebst noch hat als erfolge lohnt ich glaube gleich kommt schon in der nächste bost der nächste boss ist mein lieblings kraft da in kingdom arz schade ich jetzt vor mir noch aufrechthalten müssen ich mich zur welt card porten können und dann hätte ich wieder voll gehabt aber ok kosmische kette 6 damit noch irgendwas wo ich halten oder es will ich es sei ja 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 wo ich irgendwas herstellen verkaufen ich glaube ich habe ich doch gar nicht ausgerüstet oder manche ausklingen gemacht die neuen waffen für dort und gofi und halcom haben war und halcom plus damals mal so ein paar spezielle sachen machen als jetzt noch nicht mehr was aber jetzt machen wir weiter wir gehen habe ich erledigt da vorhin noch 14 mal mal super vielleicht mal den speichert und reingehung mich hoch ein die app bringen ist jetzt auch nicht aber ich werde mal kurz überlegen ich meine andere waffe machen uns den kampf noch ist einfacher luft komo wo ist der nächste gegner ist oft in der luft dementsprechend sollten unsere angreife in der luft sehr viel mehr wehtun die stadt gehen müssen wir eigentlich jetzt noch nicht machen später bei den sozialen bossen müssen war so weit achten jetzt eigentlich nicht sora you've done well where's kairi who knows i expect she's catching up with her friend from the darkness what do you mean she doesn't need you anymore I'm supposed to believe that well you don't have to but you can believe this organization 13 has no further use for you just look there our kingdom hearts thanks to you we've collected countless hearts can you hear their euphoria now all they need is one more helping from the keyblade so kann eigentlich jeder herz tot irgendwie beschwören wird sondern eigentlich die macht sie jetzt alle platt oder auch nicht immer ist das mädchenhafteste schlüsselschwert aller zeiten aber noch besser aus als was standard schwert bei ernsthaft warum sieht ihr schlüsselschwert so mädchenhaft aus fehlt nur dass es pink ist der schlüsselschwert für mich okay peter der schlüssel ist perfekt verpärs wir sollten jetzt es set up ist und da ist aber was okay ganz vergessen die gibt es auch noch da sieht man nicht mehr sehr viel von ihr spoiler währenddessen tausende kilometer entfernt das hat wohl wieder micky geht einfach vor macht einfach wieder sein agnes abenteuer ich habe mal bei irgendwie jemanden zu bleiben da haben wir das hat es eine hautfarbe gesehen etwas bräunlich micky ist böse und jetzt ist er glücklich was ich wundere nicht, dass es mehr gibt ich war beschäftigt mit den Gedanken von Revenz meine Freundschaft haben alles für mich meine Forschung und meine Gefahr ich kann dir nicht mit Revenz ich weiß Riku hat mir ein tausend Mal gesagt wo ist er? er muss mit seinen Freunden ich bin zu schuldig ich bin zu schuldig wenn ich mich mit Riku das war immer noch ein Mann war wahrscheinlich weil er so starkes Herz habe ich ihn ich bin zu finden ich bin zu schuldig 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 er war er war er war er war er war bereit in der Nacht ich bin zu schuldig ich bin zu schuldig alle machen sie ihr eigenes Ding meine Güte oh wie war mein Herz ich konnte nur lachen um mich zu schuldigen ich glaube es muss nach dem nachdem ich Riku wieder gesehen sah er sagte er wollte Sora aber er hat mir gegründet 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 dass Sora nicht mehr herausfinden was mit ihm passiert während er in der Nacht war mein Freund the time has come I must make amends to these young people okay und wo es ist neweil kommt später wer das sind tausende Kilometer entfernt und schatten durch was going on dann sehen wir schatten durch meine Güte stellt euch alle mal nicht so an und die Linger sind auch nicht schlimm und die Linger sind auch nicht schlimm aber ich glaube das muss die 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 ich glaube sogar dass er irgendwann der hauptwürdig der gesamten serie wird mehr dazu in einem projekt wahrscheinlich und dann nehme ich so eine theorie aber ich sage dazu jetzt nichts erst mal treten wir denen in den hintern oh ja und das nach unten um wieder nach oben zu gehen war ja tschüss bei broken sichbar wird von einigen behauptet als der schwierigsten bosse überhaupt aber ich sage bei dem irgendwie noch nie ein problem wenn wir reflektieren rechtzeitig natürlich schnell zu nehmen springen und den ihr machen aber ja das ist auch wohl einfach heute kommen wieder mit strategien mit drehfleck und also war das auch gar nicht bei dem kampf auf die staffe das ding ist auch einfach auszuweichen eigentlich nach bäms wieder zwei dreimal getroffen verdammt das kontakt so natürlich ein bisschen blöd hat das ding jetzt hier mal nennt der gegend rum schwirrt verschwindet auch eine zeit einfach hier durch fans auf damit das war einfach ich erwarte mir sah aufhört zu reloaden wir haben nur drei menschen da ist eigentlich gar kein problem das läuft normalerweise auch ein bisschen besser ab normalerweise kann man ja ein bisschen besser ausweichen aber ich habe es natürlich wieder voll verkeilt naja hätte aurons waffen nehmen sollen ob der damit auch noch danke ich verstehe ich war deinem kampf schwer sein soll wenn man trotz kopfen also was hat es ist doch so einfach ich doch einmal drei eine gute genau so hau hau also nicht mehr viel ich komme gar nicht mehr zu einer combo weil er andere und immer das ding macht hat er hat schon wieder hat er hat schon wieder besser hat eigentlich nur der angst der ein jahr erleben ich habe ich doch gehört doch kann man ja auch noch nicht war es gibt es noch nicht aber ich sage dass hier keiner zu kommen wir bei dem reinkrieg ja das war glaube ich nicht so gut na ich verstehe nicht wie man dann auch reichen soll schon mal viel besser ich komme nicht mehr an ihn heran soll hat eine gültige damit finischen arbeit weil ich wahr sein kann gibt es doch nicht ein ich krieg weg da kann ich den angeblichen ausweichen vorgibt es nicht danke oh mein gott kann man sich ist aber auch kein problem eigentlich nur hin zu erledigen herausfinden wie man den angriff ausweicht sonst wird ein problem später das war's für ihn leider hey holt hat zerfasst dann braucht er eigentlich ein paar schatten durch die zu erledigen und kann sich mal ein schatten durch erlegen ich muss doch gehen und speichern und den part bänden aber ein bisschen nervig gerade stufen der hoffnung sind die nicht mehr jetzt sind wir haben folgen wird bild ist und so ob ich nicht bekommen okay dann würde ich sagen ich bin die partie gefallen hat was ihr gesehen habt dann hinterlass doch bitte ein like ein abo ein kommentar was auch immer um das zu zeigen in dem sinne sage ich oh hallo was haben wir hin da da kommt man glaube ich nicht an dem sinne sage ich dann vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns an in der nächsten let's play king gemacht zwei feine mix ich will habe mich alle zuschauen sagt tschüss bis zur nächsten folge